Hallo Leute, wir haben Among Us gespielt mit Other Royals von Ice Bison. Da gibt es ganz wilde Rollen für Imposter und Crewmates. Die Imposter können dann aussehen wie andere Leute oder sich in graue Blobs verwandeln, sodass man gar nicht weiß, wer wer ist. Und auch die Crewmates können eine ganze Menge andere Sachen machen als nur Tasks. Ich zum Beispiel war Joker diese Runde. Heißt, ich hatte gar keine Tasks und musste rausgewählt werden. Ob das geklappt hat, das seht ihr jetzt. Ich finde den Trickster eigentlich auch echt nice. Ja, stimmt. Okay, let's go. Also der Trickster wäre halt noch krasser auf Airship. Oh, ich habe ja schon mal Geld. Weil du dir halt auf Airship dann noch bessere Bands bauen kannst. Glaub das, der wird. Yo. Mega. Ich muss jetzt einfach versuchen, nicht zu sterben und möglichst sus zu wirken. Schwierig, aber kriege ich hin. Hoffe ich. Es gibt halt keine Möglichkeit, sich irgendwie hier gut zu verstecken. Wohlmöglich. Also eine Electric Kill werde ich aber noch am ehesten umgebracht, gehe ich von aus. Ja, Security ist auch nicht so geil. Das ist halt das Problem. Die Map ist eigentlich perfekt dazu da, um hier Leute zu killen. Ähm, oder um, äh, ja, einfach um alles Mögliche zu machen. Und, äh, ist auch immer die Frage, will man hier irgendwie als Crewmate mitspielen oder, ähm, was macht man hier in der, äh, Richtung. So, Laura läuft da raus, Udi läuft da rein. Ich stehe jetzt an Camps und gehe erstmal wieder raus, wenn ich keinen Bock habe, in Camps getötet zu werden. Eigentlich könnte ich mich auch verstecken. Ich könnte mich jetzt eigentlich hier oben hinstellen und warten. Das liebe ich irgendwie, aber dann sieht mich nachher irgendjemand wahrscheinlich, wenn irgendwie ein Imposter an die Camp, äh, ans Edmund-Panel geht und einfach nur nachzugucken, was Sache ist. Aber mal schauen, was jetzt passiert. F ist Patrick, Patrick, Patrick. Warum? Ähm, in Electrical bin ich hier reingelaufen, doch als noch Camouflage an war, kriegt den Report-Button und jemand hechtet Richtung Wind und gerade als die Windklappe aufgeht, kommt der liebe Patrick und springt in die Windklappe. Entweder ein Morpher oder Patrick, wir können hier gerne gucken. Ich bin aber gerade am linken Lower Engine. Unten links, ganz unten links. Kann das irgendjemand bestätigen? Hast du die, ähm, hast du die Fuel-Auffüll-Task gemacht, Patrick? Nee, das ist Captain. Ah, okay. Ähm, ich glaube, Patrick war unten links tatsächlich. Mhm. Wir könnten, wir könnten, äh, also es kann durchaus ein, 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 ein Morpher. Ach nee, warte mal, kann Morpher und Camouflage gleichzeitig an sein? Ja. Ja. Weil, okay, weil die Camouflage, das Camouflage ist weggegangen und Patrick ist in den Windklappe. Gehüpft. Wir können zwei Sachen, wir können, ganz kurz, wir können zwei Sachen machen. Entweder wir denken, dass es ein Morpher war und wir nehmen hier einen, wir prüfen einen direkt, weil ich bin Sheriff und kann auf Patrick schießen. Oder wir kicken Patrick hier direkt. Na, wir können ja auch abwarten, ob wir, ob wir noch eine andere Rolle sehen. Wenn wir sehen, dass kein Morpher drin ist, dann wissen wir, dass es Patrick ist. Ähm, ich war gerade Admin. Und wer war ein Reaktor? Sophia wahrscheinlich. Sophia war, glaube ich, Upper Engine. Wie war ein Reaktor gerade? Und dann Reaktor, genau. Weil, ich glaube, Lower Engine habe ich niemanden auf Akden gesehen. Doch, erst war da jemand. Das war aber ein bisschen vorher. Ja, aber jetzt, ich war ja gerade nochmal an der Tür, da war keiner tot. Da waren Patrick, Alex und Laura, was halt auch zudem passen würde. Äh, die Frage ist, wo ist Alex denn? Ist Alex rausgegangen? Ich stehe neben Moritz ins Deutsch. Ich finde, die Chance ist so gering, dass Camouflage und Morpher zusammen sind. Oder, nee, nee, Markus. Die Chance ist genauso groß, als dass irgendeine andere Rolle drin ist. Also, ich würde sagen, Patrick ist auf jeden Fall Gigastanz. Nein, fickt euch. Och, Gott sei Dank, ich habe Patrick gewollt. Du hattest sogar noch weniger Wollt als Patrick, Marcel. Ja, mehr meine ich. Aber, sag mal, Domi, meine andere Sache. Du hast mir nie erzählt, dass du indianische Vorfahren hast. Das wusste ich gar nicht. What the fuck? What the fuck? Woher soll ich das wissen? Hey, bist du nicht ein Stammesmitglied der Abwarten? Ah. Kann bitte jemand noch zu Ihnen schießen? Können wir uns aufsteigen, dass wir nicht, wenn die Mädels als erstes klingen? Leute, habt ihr den verstanden? Ich habe den verstanden. Nee, ich auch nicht. Nee, okay. Also, Abwarten klingt wie ein Stamm und ist Abwarten. Ja, aber weshalb Abwarten, das verstehe ich ja nicht. Ja, weil du gesagt hast, wir gucken ja erstmal, ob andere Rollen drin sind. Ach so. Oh. Der kam mega spät. Der kam mega spät. Ich laufe gerade einfach nur, wie dumm, durch die Map. Ich bin verkackt, weil ich es wissen müsste. Ähm, wer ist denn ein Upper Engine? Ich war ein Upper Engine. Ich bin aber gerade raus. Ach, ach, ich war gerade noch drin, ja. Warst du gerade vorher in Madback? Ja, ich war in Madback. Ja, dann hast du Markus getötet. Nein, habe ich nicht. Aber da war sonst keiner. Ich war im Upper Engine Panel, da waren zwei Leute drin. Vampir? Fragezeichen? Dann war Kamuja. Ich habe mich ja auch richtig gekillt. Da war aber keiner in Cafeteria und sonst wo. Es waren nur zwei Leute in Madback. Ich war im Cafeteria. Aber jetzt zum Schluss. Ja, aber jetzt gerade stehe ich im Cafeteria. Ja, jetzt bist du aber in dem Moment, wo der Kill wahrscheinlich gefallen ist. Ach so, ja, da war er wahrscheinlich nicht. Ja, weil ich raus bin, war er noch an den Ergänzgläsern, Markus. Das Ding ist, ich finde Patrick schon Gigas hast, aber für Odin könnte das jetzt auch ein gewohntes Fressen sein, ne? Ja, pass auf. Ich bin Hacker und habe ein bisschen verkackt. Ich habe nämlich die Farben noch gesehen, die zusammen in diesem Raum waren. Ach so, haben wir hell und dunkle Farben an oder haben wir direkt Farben an? Deswegen habe ich vorher auch solche Sachen gesagt wie, ja, Sophia ist ein Reaktor. Und sowas, weil ich ja mal am Ende stand und gesehen habe, dass blaue ein Reaktor stand. Sollten wir zur nächsten Runde ausstellen, wäre ganz praktisch. Dass man nur hell, hell, dunkel sieht. Weiß ich nicht, ich finde es auch so schwer, ganz ehrlich. Ich habe es ja jetzt so nicht, ich kann mir trotzdem nicht jede Farbe merken. Es ist super schwierig. Ich habe es ja gerade offensichtlich verkackt, auch sonst könnte ich klar sagen, es ist Patrick. Aber hat nicht gerade noch Odin Patrick gedeckt? Ja. Ja, ich habe auch jemanden im Lower Engine gesehen, die Runde davor. Da war nur die gleiche Situation, ich wusste nicht, welche Farben. Ich habe ihn nicht gekillt, wirklich nicht. Es sind auch zwei Leute tot. Ich habe schon mal überlegt, dass es Lover war. Ja, ich skippe hier. Oh, das könnte auch sein. Ich skippe selbst, aber... Ich skippe auch. Oh, what the fuck. Sag mal, ist Patrick der Swapper? Das wäre es. Oder jemand erlaubt sich einen ganz dicken Spaß. Das ist so, warum er vielleicht Angst hat. Leute, also das ist eine wilde Runde. Das ist eine richtig wilde Runde, weil das ist so... Also Patrick ist es... Obviously. Müssen wir mal gucken. Und es ist halt die Frage, wer... Der andere ist. So, jetzt stehe ich erstmal in Cafeteria. Ich chill mich jetzt erstmal kurz wieder oben hin. Ich bin zu Ansatz für einen Jester, weil ich einfach nur in Cafeteria rumstehe. Ja, und wenn Odin nachher am Admin-Panel steht und so, dann kann der auch sagen, was irgendwie Sache war. Aber das ist mir alles zu... Weiß ich nicht. Patrick tötet hier wahrscheinlich auch eher in der Richtung gerne. Deswegen sollte ich hier vermutlich nicht stehen. Ja, ist halt... Das ist echt schwierig hier aufs Geld, finde ich, mit einem Jester. Oh. Ja. Jetzt habe ich Marcel mit Odin alleine gelassen. Okay. Ja, Marcel, warum hast du... Hä? Die Imposter sind Domi und Patrick. Patrick aus der ersten Runde. Entweder war er gemorpht. Ich habe jetzt, bin in den Admin reingekommen. Da steht Domi neben der getöteten Odin. Ist rausgerannt. Ich wollte noch hinterherrennen, um zu gucken, ob er sich wieder entmorpht, damit ich nicht wieder den gleichen Fehler mache. Ich habe ihn aber nicht mehr gefunden. Komme zurück in Admin. Da ist er wieder da. Folglich ist er also einfach in den Menschen gesprungen. Nee, ich wollte auch nur gucken, ob ich eventuell den Imposter noch sehe und habe mich halt gewundert, warum du nicht gerade direkt reportet hast, als er rein bist. Weil das so die normale Reaktion wäre, wenn man jemanden halt nochmal rausgehen sieht. Wenn wir weiterhin noch festhalten, dass Marcel vorhin meint, er ist Sheriff und immer noch nicht Patrick erschossen hat. Richtig, weil ich immer noch nicht Patrick gefunden habe. Das glaube ich dir sogar. Ich habe Patrick nämlich auch nicht gesehen, die Runde. Ja. Also aus meiner Sicht sind, es ist, ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, ich habe einen Kill in the Deckjurl gesehen. Daraufhin ist Patrick weggerannt. Ich habe einen Kill in Admin gefunden. Neben dem stand gerade Domi. Wer steht denn an Camps? Wer steht an Camps, Leute? Ich. Hast du gesehen, wer in Admin rein und raus ist? Äh, Domi muss sein. Lass mich doch auch in Cockpit reinlaufen sehen. Domi muss es sein, weil er ist reingewendet. Er kann unmöglich an mir vorbeigewiesen werden. Das Einzige, was hier passiert sein kann, ist, dass der Imposter Domi morft, reinläuft, killt, oben rausläuft. Ich laufe ihm hinterher, währenddessen läuft Domi unten in Admin rein und ist wieder da. Aber der Zufall ist schon geregnet. Nein, ich bin reingegangen, habe die Leiche gesehen, dachte, okay, ich gucke jetzt erstmal, ob ich den Killer noch sehe oder wie auch immer. Bin wieder rausgegangen, währenddessen bist du reingekommen, dann habe ich niemanden gesehen, habe mich gewundert, warum du nicht reportet hast, weil ich dachte, sofort geht Report auf. Bin wieder zurückgekommen, habe dich nicht gefunden und auf einmal wurde reportet. Alex, wo bist du jetzt gerade? Ich wollte hier Domi. Äh, ich habe gerade... Jetzt bin ich schon vorbei, in Coms habe ich nochmal reingeschaut. Okay, passt, passt, da bist du rauszuführen. Ja, ich glaube, dann gehe ich gleich schon auf, was Masse hier sagt. Ah, geil. Ach, Jess, das ist... Ja, Mann, ja, Mann. Ach, fuck. Ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwas, was mache ich? Und es hat geklappt. Gab es einen Morpher? Nein. Doch. Also Alex und Patrick... Nein, es gab keinen Morpher. Alex und Patrick, ne? Hä? Ja. Warum hat mich der Orange gekillt? Weil du im Diebespaar warst, oder? Ja. Ich wurde im Scheiß und dann wurde Moritz. Ja, okay. Ja, ja, alles klar. Ja, ja, alles klar. Ja, ich habe Marco mit dem Patrick erst mal gehen, tatsächlich. Ich konnte halt nur meine dritte Trickster-Box halt die ganze Zeit nicht stellen. Ich hatte schon zwei Boxen nice platziert und dann kam das... Ja, vielleicht gibt es einen Morphing, ja, schönen Dank auch. Oh, das ist bitter.